Am Sportplatz des SV Oldendorf fand ein Kinderturnier statt. Gespielt haben um 10 Uhr die U8 Süd C und 12 Uhr die U7 Süd D und ab 14 Uhr die U8 Süd D. Aus zeitlichen Gründen zeigen wir Ihnen heute das Spiel der U8 Süd C. Beim U8 Süd C-Turnier waren folgende Vereine dabei. Als Gastgeber die SBG SV Oldendorf U8A, Oldendorf, Oberdorf, Aske Rottenturm, SBG Wulkall Augustin Juniors und Stegersbach. Stegersbach! Gespielt wurde auf zwei Spielplätzen mit vier Toren. Ein Spiel dauert zwölf Minuten und die Pause zwischen den Spielen dauert zwei Minuten. Eine ganz wichtige Regel war, dass nur die Tore zählten, die innerhalb der mit den roten Hütchen markierten Zone geschossen wurden. Die strengen Beobachter schauten dabei ganz genau. Das erste Spiel, das wir Ihnen zeigen, ist das der SBG SV Oldendorf gegen den Aske Rottenturm. So, Mannschaften bereit, wir starten mit dem Turnier-Spielbeginn. Kieren-Spielbeginn. Geil versetア pensa, ich bin Juni. Kommtua! Kieren-Spielbeginn. Foto Kieren-Spielbeginn. 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 Oh, wow. 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 Wow. Oh, wow. 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 Wow.